ja moin nach längerer zeit hier auf dem kanal ist hier mal wieder was los es ist nicht so dass ich nichts gemacht hätte basteltechnisch ich habe sogar eine ganze menge gemacht aber ich habe lange nichts mehr gefilmt und lange nichts dokumentiert jetzt wollte ich mal hier zum warm werden wieder was drehen ich habe mir jetzt hier mal herpa modelle hingelegt out of the box also sozusagen sind sie doch in der box die ich mir jetzt selber gekauft habe teilweise weiß ich auch gar nicht warum teilweise werde ich sie auch so wie sie sind mit der packung in den schrank legen und dann irgendwann wieder rausholen und wahrscheinlich wieder verkaufen aber ich habe gedacht zu ein paar sachen erzähle ich mal was erstes beispiel hier sondermodell norddeutsche serie firma glomb es kommt im video immer so ein bisschen pink rüber das ist aber auch im grunde so eine art tele magenta der farbton viele hier im norden kennen die aus dem straßenbild sind hauptsächlich im bremer hafen unterwegs natürlich auch im bremer seehafen und natürlich auch öfter in hamburg zu sehen zum container holen oder weg bringen das jetzt hier mal aus silberne exklusiv packung hier ist eine anleitung bei wie man den hammer selbst entlader praktisch umbaut und benutzt hier ist noch das optionale zubehör was es braucht in diesem aufflieger seit er rausgekommen ist habe ich schon ein paar liegen ich habe aber für meine verhältnisse leider noch nicht einen fertig fertig heißt für mich halt so weit ein bisschen verbessert gesuppert ein bisschen farbe bisschen decals dass ich das ding auf ein diorama stellen würde auf einer messe oder so deswegen geht er mir auch schon ein bisschen auf dem wecker der auflieger weil ich immer das gefühl habe du musst da auch mal beigehen und du musst da mal was draußen machen erstmal fällt bei dem modell hier auf also mir sogar mal positiv dass herpa ist nach langer zeit mal wieder umgesetzt hat etwas gebraucht und nicht schön und neu und glänzend aussehen zu lassen so muss den container hier mal angucken 40 fuß container mit dem tunnel für den gooseneck des chassis und ja das habe ich nicht etwa diesmal hier gemacht diese rum flick arbeiten und den rost sondern das hat herpa wirklich sozusagen ab werk mal umgesetzt also man sieht sie können wenn sie wollen so ein bisschen was was natürlich nicht gefällt ist dass das ganze ding als grundmodell schon mal wieder glänzt das gefällt mir nicht ist auch glaube ich nicht realistisch wenn container so aussieht und der sein erstes leben auf seereisen hinter sich hat und dann verkauft wird an irgendjemand als lager container oder letzte reise nach afrika oder ich lager da drin meine winter- und sommerräder als werkstatt dann würde das dach zum beispiel wenn wir hier mal sehen nicht mehr so glänzen also auch hier würde ich jetzt für meine verhältnisse für meine ansprüche an mich selber noch nacharbeiten müssen ich würde jetzt hier wieder ja mit mattierung arbeiten mit washings arbeiten mit pulverfarbe arbeiten natürlich braucht der container auch noch ein paar dällen und kratzer und beulen aber klar also das kann man jetzt von herpa als großserienhersteller auch nicht erwarten glaube ich die form ist so wie sie ist sie hätten vielleicht von granulat her das matt hinbekommen können aber okay und dann haben sie halt im tampon druckverfahren nehme ich an hier diese rostspuren laufspuren und nach lackierung spuren aufgebracht sie haben trotzdem noch hier auch das container prefix die nummer den ilo code aufgebracht aber okay es ist ein anfang es ist mal was anderes als so ein glänzender container der so aussieht als wenn der gerade frisch aus der container lackiererei kommt von daher ist das schon mal so ganz nett was können wir zum auflieger sagen das ist bekannte produkt nach empfunden ist hier eigentlich der bekannteste hersteller für diese art von aufliegern firma hammer nicht hammer sondern hammer die stellen die dinger im grunde für die ganze welt her mit verschiedenen radständen verschiedenen achsen verschiedenen last schwerpunkten kannst du die dinger in australien finden in amerika in europa überall man kann diese kran anlagen hin und her fahren wie im original um also auch im schweren 20er zum beispiel in die mitte zu stellen dann einzelnen 20er zu fahren und ja das ganze funktioniert im prinzip schon mal ganz gut da wird hier die stütze ausgefahren beim original ist das auch so ich durfte schon mehrmals mit den dingern zusammenarbeiten im original hier wird dann die stütze abgestützt dann kommt hier das kettengehänge dran das wird unten in den container eingehangen und dann kann der container praktisch so hier runter gekranet werden auf dem boden wenn man 220 transportieren möchte die nicht zu schwer sind denn werden die durch beschläge zusammengezogen an den ecken und so wird aus den 220 an eine einheit die dann im grunde ähnlich wie ein 40er abgesetzt wird dann kann man die mit dem ding ein bisschen auseinander ziehen und dann kann man einen einzelnen 20er einhaken wieder aufladen oder auch entsprechend wieder irgendwo abstellen grund wurde schon ganz nett gemacht hat natürlich einige fehler damit herbert das in dieser großen serie umsetzen konnte es fehlen natürlich schläuche hydraulik leitung und solche geschichten die hydraulik stempel wenn man die ausfährt die wirken oder sind silber gespritzt natürlich ich ersetze ja gerne durch echte drähte damit die auch wirklich hochglänzend aussehen wie ein echter hydraulik zylinder also hier ist noch viel arbeit dran die staukiste ist in dem fall mit gespritzt in dem tele magenta pink hier wäre im original wahrscheinlich schwarz also mit farbe und ein bisschen leitung und decals vor allen dingen kann man hier noch viel machen die bekannten decal hersteller auch die kleinseren hersteller auch unser kollege olli hat da auch schon was gemacht hatte was im programm man kann also von dem original hersteller dieses aufliegers die decals bestellen und dann noch einige details wie verschlüsse der kisten und so weiter nachbilden das würde ich also auch empfehlen ja ich muss mal gucken und man muss sich mal ein davon anfangen ich muss mir auch einen für meine löse flotte mal lackieren und fertig machen dass ich so ein ding mal auf dem diorama auch entsprechend einsetzen kann zugmaschine was gibt es dazu zu sagen ist halt eine xg in dem fall keine xg plus der unterschied liegt beim darf ich dachte vorher immer in der länge der kabine das ist ja schon dieses erste serienmäßige längere fahrerhaus nach den neuen eu-vorschriften wo der ganze lkw als sattelzug zum beispiel länger sein darf als 1650 diese länge muss aber aus gründen des fahrerschutzes oder für den fahrer halt der fahrerkabine zugeschlagen sein ich darf jetzt nicht ein kurzes auto davor hängen und darf jetzt den auflieger statt 13 meter 60 13 meter 80 lang machen oder so das darf ich nicht meines wissens und der unterschied beim darf ist das ist ein xg der hat also nicht ganz so ein hohes hochdach erkennt man an den relativ flachen lampen hier vorne und dann gibt es noch den xg plus auch von herpa der hat dann entsprechend ein etwas höheres dach herpa hat hier leider gleich nur die variante umgesetzt mit kameras anstatt außen spiegeln das sieht man hier oben auch das loch für das ganze viele fahren aber noch tatsächlich spiegel also man kann den darf mit spiegeln bestellen oder auch mit kameras ähnlich wie beim aktros daher das nicht umgesetzt hat müssen wir modellbauer da uns wieder selber helfen es gibt inzwischen klein serien hersteller die das als 3d druck anbieten dann muss das loch oben natürlich für die kamera wieder geschlossen werden das heißt bei einem auto was jetzt wie der hier schon ab werk seine farbe hat müsste ich jetzt genau den farbton treffen und dieses loch zu spachteln und danach auch noch nach lackieren was fast unmöglich ist dass man das nicht sieht oder das ganze durch ein dekal kaschieren oder was auch immer aber ja ich finde es halt ein bisschen ärgerlich ansonsten ist das schön bedruckt so wie so ein club auto halt aussieht ja auch hier wäre natürlich nach meinen ansprüchen noch einiges zu tun wenigstens die tankbänder dunkel machen ein bisschen felgen sehen wir ein bisschen zu speckig silber aus noch die löcher schwarz machen und noch so einiges mehr aber grundsätzlich mein hübsches modell und ich hoffe mal ich komme irgendwann dazu immer so ein bisschen fertig zu machen um die rama zu stellen im hintergrund dass der irgendwo rum steht und anliefert oder was abholt kann man natürlich auch normale chassis hinterhängen es muss nicht unbedingt das container chassis sein habe ich mir hier noch mal auch aus neusteren neuheiten ein tross mit hingelegt was macht das ist jetzt so eine edition 3 edition 3 zu erkennen durch die silberne frontklappe den silbernen streifen diese silberne einfassung der seitenscheiben dann nachher bei ihm in dem fall noch ja weiß nicht was es sein soll aber das ist auch wieder so ein groß produktions kompromiss hier die felgen drauf gemacht in schwarz mit so einem ganz kleinen chrom rand ja ich weiß nicht ist im grunde blödsinn weil ich kenne sowas noch so aus den 80ern und 90ern da hat man jetzt stahlfelgen gefahren auf einem fernvergess lkw oder nahvergess lkw und hat sich dann so eine chrom kanten kaufen können also so eine verkromten keine ganzen radkappen sondern so eine ringe ist aber kaum üblich die waren denn auch wenn etwas breiter als hier angedeutet das ist also von herpa hier auch wieder so ein fauler kompromiss der mich auch wieder ehrlich gesagt ein bisschen ärgert ich bin kein freund davon ja sie haben so ein bisschen so eine farbe da rein gebracht aber ich weiß nicht ja hupen haben sie gleich entsprechend löcher gebohrt und verklebt oben am dach links und rechts naja inzwischen sind die dinge auch in der ausführung gar nicht mehr so günstig da ich kaum schwarze fahrzeuge machen muss ich mal gucken vielleicht mache ich mal ein buntes auto draus sprich also der kriegt irgendwelche beschriftungen in silber vielleicht passt dazu und ich mache mal so ein bundes container auto draus kann auch sein dass er ewig so im schrank liegt und nie wieder rauskommt ja hier auch die version mit kameras bei mercedes ist das ja wirklich inzwischen im original auf der fall dass die verwendet werden ich habe sie jetzt für neu käufe von unserer firma auch mit kameras genommen war die dinge jetzt auch jede woche mal und ich finde es gar nicht mal so schlecht wenn man sich daran gewöhnt hat es ist schon eine feine sache beim rückwärts fahren laufen die automatisch dem auflieger heck hinterher das heißt ohne dass ich die spiegel verstelle kann ich 90 grad an die rampe fahren und ich sehe immer ungefähr wo ich hinfahre mit meinem auflieger ohne dass ich irgendwas verstellen muss das finde ich persönlich ganz angenehm dann habe ich mir hier noch mal auch gegönnt für zukünftige projekte aus dem teile service die darf xg plus sprich höheres dach mit kameras gibt es auch wie gesagt von herpa nur so und mal gucken für den hängerzug vielleicht mal geeignet vielleicht mache ich mal ein tst und lackiere das ding mal hellblau machen wir so ein fantasie tst auto draus muss ich mal gucken sind ja zwei stück drin da kann man sich seiner kreativität ja mal freien laufen lassen dann haben wir hier noch ein pc modell auch mal zugeschlagen von unserem kollegen sven raderz aus dem alten land das original kommt auch bei mir teilweise wöchentlich mit den anderen raderz fahrzeugen zusammen ans lager und lebt bei uns lebensmittel und hier auch schon wieder zu sehen dass leider sich das modell schon in der packung zerlegt mal gucken woran es liegt hier schon die komplette heckstoß stange mit innenleben und schmutzfänger abgefallen für den geübten modellbauer kein problem wenn jetzt aber so ein reiner sammler so ein ding kauft oder jemand der so ein ding geschenkt bekommt als werbegeschenk von herrn raderz dann ist das natürlich ärgerlich wenn der kunde dann anfangen muss sein modell erstmal wieder zusammenzubauen damit er sich auf den schreibtisch stellen kann wird dann wohl in dem fall dran liegen dass die stoßstangen löcher in dem auflieger entweder zu groß sind und die pins zu klein geworden sind und der dann halt ein bisschen locker saß versuch das macht auch hier kann man den den staukasten hat es auch schon auf dem weg von herbert zu mir auch schon abgezuppelt hier das natürlich nicht so schön aber gut wer weiß was die dienstleister paket dienstleister mit dem paket angestellt haben wo die dinger drin waren lässt sich hier wieder zusammensetzen sollte nicht das problem sein ja das aggregat wie leider fast immer bei herpa leider sehr schlicht gehalten keine drucke drauf keine leitungen keine knöpfe keine displays keine hersteller logos da müsste man mit decals also auch wieder nachhelfen wenn man das original ein bisschen nachbauen möchte herpa chromfelgen zweiteilig die bedruckung natürlich so wie sie soll hinten reflex streifen drauf auch die bedruckung keine kennzeichen da müsste man also auch noch wieder bei gehen muss man die maschine an hier haben wir jetzt auch ein xg und kein xg plus also mit dem etwas flacheren dach dafür über das lange fahrerhaus was sollte herpa machen sie haben den rahmschutzbügel umgesetzt den sie nun mal haben von trucks auch wenn er für das auto vielleicht nicht so ideal passt und nicht ganz so schön sitzt wie man das gerne erwartet sie haben die den lampenbügel zwar lackiert haben es aber für eine gute idee gehalten die lampen oben gar nicht zu bedrucken oder zu prägen das ist natürlich schade die sind nicht mal silber geprägt oder irgendwas ja und was leider auffällt beim original beim original hat der radatz auch spiegel herpa konnte es nicht umsetzen weil sie die nicht haben also hat herpa ihm natürlich kameras verpasst stellt uns wieder vor selbe problem würde ich jetzt versuchen das radatz auto mal nachzubauen müsste ich oben das loch zu machen müsste mit diesem was ist das braun ton von diesem zierstreifen das irgendwie kaschieren mit dem decal oder so oder mit farbe und müsste dann löcher bohren unten und müsste die spiegel nach kaufen als als 3d druck die sind dann ja so weiß transparent die müsste ich wiederum in den lack tauchen ich müsste mir also wieder vom sven die lackfarbe besorgen lassen von seinem lackierer müsste die in der brash packen anmischen und dann entsprechend die spiegel lackieren in wagenfarbe damit das ganze dem original entspricht dann haben die autos auch gerne im original auch bei herrn radatz eine lange sonnenblende also eine tuning sonnenblende sozusagen herpa kann nur die beim scania haben sie es letztens umgesetzt beim letzten malmbergs haben sie tatsächlich mal längere sonnenblende gemacht und bei denen vielen show tracks und aufgemotzten scania ist die herpa gerne bauen möchte ist es natürlich ganz geil wenn sie es auch endlich mal bringen von daher habe ich ja die hoffnung dass sie das bei anderen herstellern wie darf und wohl wo und so auch noch machen ansonsten müssen wir auch auf 3d geruch oder selber bauen zurückgreifen bei der ganzen geschichte so das war mal unser kleines unboxing video heute ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal und tschüss